So, das wird auch erledigt. Ja, ich sehe schon, in dem Part machen wir wirklich nur Aussichtspunkte, aber ist ja auch egal. So, hier haben wir, oben haben wir noch nicht ganz alle, okay? Okay, dann machen wir so einen Kreis, machen wir im Kreis die ganzen Dinger. So, ja komm, nein komm, nein komm, spring und go! So, kannst du hier, die kannst du eigentlich perfekt. Äh, Soundbuck? Ich habe irgendwie einen Soundbuck, kann ich sagen, ich höre die Schritte nicht mehr oder es ist wegen Gras. Frag mich nicht. So. Ich glaube nach der Hauptmission, wenn wir die geschafft haben, dann werden wir, glaube ich, wieder mal zurückkehren. Wegen hier Geld abholen und so. Und dann, glaube ich, können wir auch dann das ganze Ding aufpowern. Also, die Villa komplett aufpowern, die Stadt, damit hier alles läuft. Schätze ich mal. Okay. Nein. Ja, ich verschwore dich eh, ich tue eh nichts. Ich habe dir nur aus Versehen die Schnauze poliert. Mit dem Pferd. Okay, so hoch, 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 hoch. So. Ja perfekt. Genau vor der Nase. Nein. Jetzt hier, du sollst hier hoch, hier hoch und nicht wieder runter. Genau. So. Das wäre der Nächste. Sehr schön. Genau, genau geparkt. Ein Traum. Hallo. Nein. Hall. So. Und so. Kommste. Komm. Sehr schön. Okay. So. Hier ist wieder das. Okay. Komm. Let's go. Hier kann ich nicht hoch wahrscheinlich, weil hier Berg und Hügel und alles ist. Okay. Das heißt, ich muss einen vollen Umweg gehen oder was? Das ist normal. Kacke. Ne, hier ist ein Weg, hier ist ein Weg. Okay. Alles okay. Und ich bin auch schon hier. Genau. Zack. 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 Ja nix. Ich komm gleich wieder. Keine Sorge. Ich geh hier nur kurz hoch und es sieht so aus wie ich selbst mal machen, aber mach ich nicht und dann ist alles okay. Hallo Adler, du bist in mir. Super. Ich weiß nicht, ob hier bei der Seite irgendwas noch feingeschaltet wird, weil hier das so synchronisiert, also wisst ihr was ich meine, oder ob da, ja, die Welt zu Ende ist oder ob da noch, ob ich da noch hin sollte, irgendwie, ob das noch nicht freigeschaltet ist. Weiß ich nicht. Egal. Aber es sieht so aus, als wäre, das ist das Ende. Also nicht das Ende vom Spiel, aber das Ende von der Burg. Kann sein, ich weiß es nicht. So, hier. Okay. So, bleiben wir auf dem Weg, das ist das Einfachste, da kann ich mich wenigstens nicht verlaufen. Ja, auf dem Weg kann man sie eh nicht verlaufen, weil wer das schafft, das ist auch nicht schlecht. Man kann sich nicht mal bei Fahrtwürfel laufen, dort ist es auch nicht so richtig ein Weg, aber okay, ist ja auch ein Open World, so wie das hier. Aber gut. So. So. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Über die Brücke, alles klar. Und hier, kann ich hier eine abgezunehmen? Komm, komm, hier kannst du da rein, perfekt. So, und... Hier wahrscheinlich, oder? Ja, hier, genau. nein so ach genau und das ist glaube ich so tun was immer bei v3 gesagt hat dass mich der so an assassin's creed erinnert genau glaube ich das war der turm weil der ja erinnert eigentlich schon an assassin's creed und wieso gehst du nicht hoch so und dann so oder nee quatsch fuck fuck off jetzt ja du sollst hier hoch hallo super geile scheiße hier hoch jetzt hier perfekt so erstmal fehler 16 von 100 seite bescheuert ich sammels hier nicht alle fehler wieder eine blöd sie ist mir das wenn ich jetzt hier hoch gehen das ok so und jetzt muss ich mir das so irgendwo irgendwo einen punkt suchen wo ich hoch kann oder bis hier nein ich kann irgendwo hoch okay hier brennt es das ist aber gewollt glaube ich schätze ich hoffe ich ich schätze aber den gitter kann ich hoch oder bin ich gut was ist das für ein bug mit dem untertitel hier drüben doch hier ist doch keiner ja jetzt hier drüben ich hab's gibt ich hab's kapiert okay so mein pferd ist auch gleich hier sehr schön guten tag so wie sieht es jetzt aus ja 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 okay ich habe hier scheinbar nur mehr einer scheinbar hast nämlich und go spring sprinte nicht spring sondern sprinte so was warum ist das hier alles überflutet oder alles besonders wenn hier soviel regnen oder das kann ja auch nicht sein fast die ganze stadt ist irgendwie ein bisschen überflutet okay alles noch eine feder ist noch eine feder wenn sie schon mal sehen nämlich schon mit aber so extra suchen tue ich jetzt nicht aber gut nein nicht ins wasser meine jüte mein schöner weißer assassinenanzug ist auf dem popo ach so das ist die mission scheinbar die was hier immer so verpackt ist also ja hatte ich vor das ding hatte ich genauso geplant jetzt du bist auch so jetzt machst du für die sachen einmal hoch geht doch also was ich sagen wollte das ist leonardo die ganze die was hat hier labert ja ich hab dich gehört aber zuerst muss ich hier noch was machen in dieser stadt und dann komme ich zu dir okay so und zwar was ist das für eine scheiße hier junge geh hoch das nicht hier hoch auf dem gehstack oder das ist nicht der ernst gut dann muss ich zu fuß oder umweg nehmen und ich glaube ich muss zu fuß scheiße 3 zu fuß erlaufen zu kommen äh leonardo ich komm doch eh gleich komplette schnell also warum ist er warum auch immer sind Florin ich weiß nicht warum aber ok sehr gut ist noch ein hier sind noch zwei ich weiß doch dass du hier drüben bist was soll ich machen ich muss ja auch hier äh äh mein gehalt verdienen er nervt was bin ich getrunken ich nicht so was war das ich weiß nicht ich bin hier aber noch nicht tschüss ich will noch nicht ich will nichts damit zu tun hat mit was denn was geht mit den leuten hier ab ich glaube ich sollte mich auch besser in vorm halten ich weiß nicht ja ich höre dich doch Alter, der labert mehr als ich, kommt mir vor. Mann, Mann, Mann. Ezio, hier, hier drüben. Ich, ich weiß. Ach, fuck. Leonardo, ich weiß. Nee, Leonardo, ich. Leonardo, ich, ich weiß. Sochen, alter Vater. Ich glaube, ich sollte echt mal die Mission anfangen, weil es nervt. Es nervt echt nicht wenig. Heilige Scheiße. Oh, macht ihr hier? Ja, euch schmeiß ich ins Wasser, das ist euch schon klar, oder? Und wahrscheinlich, wie ihr euch kennt, könnt ihr nicht schwimmen. Nee, Kollegen? Skid ab. Skid ab! Hey! Was für ein Abschaum ist das? Ach, halt die Schnauze. Pack ihn halt. Hey, du Schwanzgesicht. So, pack ihn. Was? So, so kann ich mich nicht packen. Greifen. Ich will ihn nicht töten, ich will ihn ins Wasser werfen. Alter. Ja, ist klar. Ist ein bisschen sauber-powered, Kollege. Es geht ab. So, tschüss. Wird doch. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich will gleich meine Rüstung weggegeben. Der Wichser. Weggewichst, der Wichser. Ist auch geil. Ah. Ist noch ein Boot. Ach so, das ist wahrscheinlich das Schiff, was hier auf der Minimap ist. Okay. So, jetzt holen. Äh. Alter, der, 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 der. So. Was denn herumhüpfen? Äh, das macht nicht nur ich, das machen viele Leute. Ist ja schon klar, oder? Voll idiot. Dde, 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 dde. So. Ach, da ist auch noch so ein Turm von Far Cry. So, irgendwie ein bisschen. Äh, okay. Ist das ja gleich aufstieg wie beim vorigen Turm? Schaut so aus. Ne, wie kann, wie kann ich ihn jetzt, wie kann ich ihn jetzt hier hoch? Wollen wir mal? So, und dann Sprung. Genau. Perfekt. hier ist leider keine feder leider oh mein gott ich bin endlich aus der reichweite von seinem gelaber ist sehr schön so und hier glaube ich muss irgendwo wieder die dinge finden oder hier ist ein ding ja jetzt soll es machen wir mal mehr tür oder da auch noch jetzt wieder bilder scheiße dann könnte ich kurz nähe das ist glaube ich dass wir suchen kacke oder Hä? Hä? Was zum... Hä? Was? Wie, was? Zahlen? Warte mal, ID? Edensplitter? Hä? Aha. Ich muss nur das rote Ding finden, oder was? Ja, das ist... Was ist denn jetzt? Ach, du verdammte Hacker. Hä? Es brennt! Ich war's nicht! Das verbrannt schon... Was? Ich hab die verbrannt, aber was soll ich denn machen? Tut mir leid. Hä? Ich hab die Verbrannt schon. Ich hab die Verbrannt schon.